Nummer 5 Der Unisex Mikrofaser Bademantel von Petty Artigiani Italiani ist sowohl für Männer als auch für Frauen erhältlich. Mit Kapuze, Taschen und einem bequemen Gürtel, weich, leicht und super absorbierend, in verschiedenen Farben erhältlich. Sehr praktisch für den Einsatz im Schwimmbad. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4 Der Kressi Bademantel ist sehr saugfähig, aber leicht und lässt sich leicht in der Tasche zusammenlegen. Der klassische Schnitt und das weiche Material halten Sie auf dem Weg zur und von der Badewanne warm, ausgestattet mit Bund und Taschen. 100% hochwertige Baumwolle, bei 60 Grad in der Maschine waschbar und bei niedrigen Temperaturen trockener geeignet. Erhältlich in verschiedenen Farben. Den Amazon Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3 Kapuzen Bademantel Bassetti 100% weicher Frottee aus reiner Baumwolle, Gewicht 360 GR, hohe Qualität, Verschleiß und Waschbeständigkeit. Bassetti bescheinigt die völlige Abwesenheit von Schadstoffen, ideal für das Training im Pool, Produkt in einer Box enthalten, tolle Geschenkidee, in verschiedenen Farben erhältlich. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Bequemer Bademantel Arena, Unisex, warmer und weicher Frottee für ausgezeichneten Komfort, mit großer Kapuze, Gürtel und zwei Taschen, für Training und Freizeitschwimmen, Sauna und Wellne, bequeme und umhüllende Passform. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Wunderschöner Herrenbademantel Arena, schwarz, bequem und hochwertig, Mikrokottengewebe, warm und weich, mit breiter Kapuze, Gürtel und zwei Taschen, ideal für Schwimmbad, Sauna und Wellne, auch in blau erhältlich. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Der Preis für den